Philipp Antor? Hey Philipp, wir hätten da mal wieder ein paar Probleme zu lösen. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Oh, das klingt nach Resignation. Ja, das ist so. Was ist denn gerade euer größtes Problem, deiner Meinung nach? Sich abzugrenzen von Rechtsextremismus. Ja, da ist es dann zum Beispiel ganz schlecht, wenn du auf Fotos mit Holocaust-Leugnern posierst. Ich hätte das ja selbst nicht gedacht. Was jetzt genau, dass der Holocaust wirklich stattgefunden hat? Wenn ich ganz ehrlich bin. Wen willst du mit sowas begeistern? Rechtsradikale. Okay, war eine doofe Frage, aber wollt ihr von Rechtsradikalen die Wahl stimmen oder was? So wie es die AfD macht. Geiles Vorbild. Du weißt aber schon, was dadurch aus der CDU wird, oder? Eine rechtspopulistische Partei. Genau. So, und nächstes Problem, du hast schon wieder einen Lobbyismus-Skandal. In der Tat, du sprichst das richtig an. Du hast Spendengelder von TikTok an die Junge Union geleitet. Die Junge Union hatte das gefordert. Ein paar tausend Euro, ne? Immerhin. Das kommt alles nicht gut an, Philipp. Ich bin ein bisschen ratlos. Konservative Politik beginnt damit, dass man sich anständig benimmt. Macht keiner in der Union. Du bist gerade auch das Gegenteil von Anstand. Mir macht das ja auch Spaß.